muss einen gültigen Pfad zur Abreise haben. Ah, okay. Ich verstehe, was die mir damit sagen möchten. So, dann machen wir das hier mal weg. Oh, warte mal. Ja, doch. Weil dann ist das hier alles die Abreise. Das hier ist die Anreise. Jawohl. So, ein Tor brauchen wir dann noch. Und noch mal Bild und Bürgersteig. So. Das können wir jetzt aber wirklich mal mit dem Zaun hier absichern. So. Nochmal den Bürgersteig hier hin. So. Die Straße. Geht der mal zumindest bis hier. Sehr gut. So. Was sagt denn hier... Der Flugplan. Wann fliegt denn... Ja genau. Die... Wir machen mal kurz Stopp hier. So, das sind ja die ersten... Das ist ja ein Small. Das hier müsste glaube ich auch ein Small sein. Ja. Das heißt, die ganzen kann ich jetzt mal auf B1, B2 legen. Auf B1, B2. Das wäre hier. Schnell. 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 sehr gut, das machen wir einfach auch gleich hier so, B1, B2 Dann machen wir mal ein bisschen Play Denn wir müssten jetzt eigentlich alles haben Bis auf die Anreise Denn dafür müssen wir nochmal... Ich kann jetzt hier nicht den Zaun löschen So, den Anreise mache ich jetzt hier erstmal weg Der erste ist weg Und hier der American Airlines wird auch gleich losfliegen Sehr schön So, American Airlines ist auch weg Wunderbar, hier steht noch Gepä... Hier steht noch Gepäck Ah ok So, jetzt müssen wir das hier erstmal alles demontieren Kann ich das nicht einfach alles einreißen? Objekte müssen zuerst... Ach was, die müssen echt alle... Erst weg Na warte mal, kann ich das nicht auch... Äh, so machen? Kann ich auch... Dann machen wir das mal... So... Dann nehmen wir mal die alle hier weg... Und machen dann... Einreißen... Demontieren... Hier machen wir das auch mal... So... So... Dann kommt hier die Doppelstraße... Einreißen... So... Dann machen wir hier einmal einreißen... So... Boah, was machen wir hier mal so? So, ich kann ja nicht hier rüber gehen, ja? Das wollen wir nicht. Äh, kein. Ja gut, dann machen wir was so. Es kann ja nicht mehr wie eine Abfallzone geben. Ja gut, dann machen wir hier die Abfallzone. Dann machen wir die... Das Lager. Und die Anlieferung. So. So. Äh, ja, weil du brauchst ja auch noch eine Straße wieder rein. Das ist natürlich absolut richtig. Äh, dann... Dann lösch mir mal das da bitte auf. So. So. Warum kommt der immer so für... Meine Güte. Hier den ganzen Saum. So. Und... Ich sag jetzt einfach mal... Hier den Zaun. So. ... Ich sag jetzt noch mal... Ja. Ich sag jetzt noch mal... Ich sag jetzt noch mal... Hier ist doch... Hä? Nie. Apresse. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Wieso fliegt ihr jetzt noch mal vom Z? Ich hab euch auf B gesetzt, das war vielleicht jetzt nicht die schlauste Lösung. Ich setz euch jetzt einfach mal hier hin. Okay... Ich hätte gern die... das da, genau. Und das hier ist... Er wollte vorher schon die Luftfahrt-Obs. Ich hätt gern Forschung. Gesperrt. Er fordert ein COO in einem Büro. Ei... Das hab ich hier alles noch vergessen! Das tut mir furchtbar leid. Ja, dann bauen wir nochmal... Hier... Büro... Tisch... Und einen Bürostuhl. Und das muss natürlich ausgewiesen werden als Büro. Luftfahrt-Obs. Okay... Hier ist... Drei Mal! Drei Mal! Oho... Ja... Das geht nicht! Ich kann hier keinen Roll... Weg anschließen! Ach so, das muss ein Erdgeschoss sein! Hier! Was ist denn hier? Ach so, zugewiesene Gateschalter... Ja genau, das geht ja nicht! At least one Security Staff... Ausweiskontakt... ...debenüt... Ein buscher heißes Geräusch... Ein überleiterany... ...together... société Corinth... Brust... Ah nein. Ich brauche diese ID! Ja, wie heißt denn das? Ausweiskontrolle, hier. Sicherheitsbeamter, brauchen wir gleich noch mal einen. Der Bereich benötigt angrenzend mindestens eine sichere und eine nicht sichere Zone. Dies benötigt Zugang zu einer Ankunftszone oder einer Stadtbahnhalbestelle. Okay. So, Abreise. Ja, hier ist doch die Abreise. Wieso? Ihr kommt doch hier runter und hier wieder hoch. Äh, nee. Verstehe ich nicht. Warum ist das nicht... Okay, Moment. Äh, demontieren, demontieren. Dann kommt da das Spiel nicht drauf klar. Mhm. Okay, da kommt das Spiel leider nicht drauf klar. Dann machen wir die alle weg und machen dafür normale Türen hin. Diese großen Vierflügeligen. Schade eigentlich, weil ich dachte, da würde das Spiel drauf... Das würde das Spiel verstehen. Dann benutzen wir einfach die. Ja. Ja. Ja, okay. Jetzt funktioniert ja auch das. Sehr gut. Jetzt funktioniert eigentlich alles. Ja, jetzt müssten die nächsten Flüge, die morgen kommen, müssten ja eigentlich... Und warum ist hier rot? Warum ist da rot? Ja, um den ganzen Treibstoff und so, das... Darum muss ich mich ja auch noch kümmern. Ach, du Scheiße. Äh, wir nötigen wenigstens einen Gepäck-Knoten-Punkt. Oh! Äh, das ist natürlich absolut richtig, dass du das brauchst. Habe ich das sonst doch irgendwo vergessen? Nope. Nope. So, dann bin ich mal noch auf morgen gespannt. So, da kommt wieder der American Airlines. So. So. Das heißt, das kann ich ja dann auch wieder umdrehen. Sehe ich das richtig? Okay, kann ich nicht. Äh, gut. Wie gut zeigt. So, jetzt sind die weg. Wann... ...kommt denn... ...der erste? Um... Eigentlich um sechs. Ja, die werden jetzt demontiert. ... ...american... ...american Airlines... ...25, 42... Oh! Oh! Aha! Sehr schön! American Airlines 25... Wie ist denn das? Ist das der letzte? Ah, der da! So, jetzt schauen wir uns mal das Gewusel hier an. Hm? Sehr schön! Das Gepäckscanner erfordert eine nicht durchführbare Reparatur. Ach ja, warte mal. Äh... Wir machen hier nicht Elektrik, sondern wir machen hier nochmal eine Wand. Und hier eine Wand. Und hier eine Wand. Und hier eine Wand. Und dann machen wir hier erstmal nichts. Wir machen hier Wartung. So... So... Äh... Werkzeug... Werk... Werk... Zeug... So... Gut. Wie viele Hausmeister haben wir angestellt? Na, wir brauchen mindestens 30 Hausmeister für diesen großen Füllwerfen. Schön! Gut. Die meisten kommen tatsächlich ohne Gepäck. Was ist denn das Sound? Und... Ah, okay. Das ist aber auch interessant, die... Hehehe! Okay. Die... Die laufen... Die lassen hier ihr Gepäck. Laufen dann durch den... Ganzkörperscan. Ah... Jetzt habe ich das verstanden. Ich habe das bislang immer falsch aufgebaut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, okay, dann... Dann bauen wir das nochmal um. Leute, das bauen wir nochmal um das nächste Mal. Aber wir haben umgestellt auf den neuen Flughafen. Unglaublich! Wir haben umgestellt schon auf den neuen Flughafen. Es funktioniert... Bislang alles... Für die zwei kleinen Gates. Nächstes Mal... Holen wir noch ein paar Fluggesellschaften her. Dann wird das auch deutlich besser. Es wurde schon wieder was gecancelt. Hm. Ja. Unglaublich. Hammergeil. Hammer... Gut. Oh, jetzt kommt ein großes. Jetzt kommen die Alaska Airlines. Oh, nochmal ein großes. Was ist es? Ja, hier. Transferbags. Okay. Gut, Leute. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut doch da wieder ein. Bis denn! Tschüss! 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 due